Darcy, je nach Situation und wenn du denkst, es ist wesentlich sinnvoller, weil die Entfernungen so groß sind, kannst du auch auf Sniper wechseln. Hä? Bleib mir nicht, als, als. Großen. Der Zugkraft in Darcy spielt das Squad-Rollen-LMG. Achso, dann du. Viel wichtiger, wer soll denn jetzt noch zu mir? Wie gesagt, Bravo, Alpha, Medic und beide Latz. Jo. Go, go, Jungs. Ja, Latz, nehmt schon mal die Raketen in die Hand. Könntest du direkt Querfield einfahren? Äh, war mal so, dass wir da oben beim Angriffsmarker irgendwie ankommen. Ich denke mal, ich weiß nicht, was sinnvoller ist, über West oder über Ost zu fahren. Ich würde über Village fahren. Weiß es nicht. Ja, dann mach das. Aber wenn ich den anderen nicht hochkomme, dann... Wir sind nicht so timingkritisch, also passt schon. Ja, aber das dauert, glaub ich, wirklich zu lang. Da oben sind viele Bäume. Naja, eben. Nachher bleibt er da hängen? Oder flippt das? Ich fahr. Ne, wir können einfach nicht niederplanen. Das hab ich nur so eingemalt, weil ich mir nicht sicher war, ob Ost oder West besser ist. Ah, alles klar. Ja. Ja, dann fahr ich Village, dann Miene und dann Emery Pro holen. Yes. Das wird ne wilde Fahrt. Ist das clever, dass der zweite LUT fährt? Ist okay. Wenn der LUT raus wird, springen wir eh alle raus. Dann ist der Emery back. Na, der sitzt halt am Geschütz, ne? Also, äh... Ich brauch bitte kurz, mal eben Ruhe. Ich dreh durch. Ja, wie gesagt, sind nicht zeitkritisch. Völlig okay. Hauptsache, du bleibst nicht irgendwo hängen zwischen Ammo und Hill, weil wir werden bestimmt der ein oder anderen LUT ausreichen müssen. Die setzen Village, der Fob. Ja, also Fob oder was. Haha. Die setzen Village, der Fob. Ja, Marofob. Die setzen Village, der Fob oder was? Die setzen Village, der Fob. Ja, Marofob oder was? Blut Blut Wenn ich was sehe, drauf schießen Jaja, Feuerfreie Logik, ja? Kaffee? Aber wir bleiben für nichts stehen. Außer ein 30er oder sowas. Wer ist denn? Also Fahrzeuge, ja. Alles andere, aber niemals stehen bleiben. Für Infanterie oder so. Okay, bei Papa noch geht's schon rund. Die sind schon da. Was gut ist. Wir sind durchgekommen. Also, sehr gut. Okay, wir haben ja mal die Kürze überholt. Dann noch Papa noch. Tequila, kann ich dich beten, den MRAP zu besetzen? Und besetzt zu halten? Irgendwo zu parken, wo du versteckt bist an der Straße? Ja. Rally kommt sofort. Da soll Bravo hin? Jetzt mal folgen. Wir gehen durch Nord-Ost. Rally steht. Auf, auf. Schuss. 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 Ja, ja, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Lauf weiter, ich in Ordnung. Schuss. Tequila, kannst du den MRAP setzen bitte? Ja, bitte? MRAP besetzen. MRAP besetzen. Wo sind die? Schuss. Tequila, sollst den MRAP besetzen? Ja, ich bin gerade im Feuergefecht mit dem Off-Hill-Top. Wie gesagt, versuch ihn bitte zu ignorieren. Tequila, Grazal. Ja, verteilen, jetzt bitte ein bisschen näher auf dem Hügel, bisschen verteilen, bisschen Richtung Norden ausweichen. Der MRAP ist geplatzt. Okay, schade rum. Bravo, die bitte Richtung Norden ausweichen, einfach an mir. 30er steht der Hilltop. Ich werde vielleicht einen 9-Wall setzen. Der ist da ein bisschen unten. Ich bin gleich. Ja, ja. Ich weiß Bescheid, aber wieso seid ihr immer noch da unten, Tequila, CPL? Weg da, weg da, weg da. Ich will nicht, dass ihr da kämpft. Sie müssen in Bewegung bleiben, nicht abhängen lassen von Hilltop. Die sind so weit weg, bis die uns im Nacken pushen, hab ich das schon gesehen. Okay. Bravo, jetzt liegt hier oben irgendwo bei Schildmarker ungefähr Stellung. Baut eure MGs auf, schießt nach Papernow runter. So gut es geht. Okay. Okay. Alpha, ihr bleibt Süd von Bravo und wartet erstmal, bis Bravo das Feuer öffnet. Dann gucken wir weiter. Okay. Jetzt habe ich ein bisschen bedeckt. Bravo, Bescheid geben, wenn ihr die Position erreicht habt. Ja. Fizzle ist in Position. Was siehst du in Papernow? So geil, bitte aufhören. Vereinzelten Kontakt außerhalb. Nordrisch? Ne, zu uns. Zu uns? In den Compounds, ja. In den Ost-Compounds. Okay, Bravo. Ja, Bravo hat Feuer frei. Verteilt euch da oben noch ein bisschen, dass nicht alle auf einmal gespottet werden. Alpha, wir gehen jetzt Richtung Nord-Oost. Okay. Wir gehen jetzt runter Richtung Papernow, push push. Ja, Alpha, wir gehen jetzt runter Richtung Papernow, push push. Wir gehen jetzt runter Richtung Tank. Ich rieche, da oben. Gero, ich rieche. Auf dein Gesicht! Ich rieche da an! Tequila, hältst du ein bisschen in die Zünd-Mobel? Jaja Die Mörser kommt scheiße, zu kauf die kommt zu kurz Ja hab ich schon durchgegeben, ich seh das Kapi Nicht zu kurz, die sind zu weit, aber ja Ja mein ich ja, oder so, ich bin gleich an der Mauer dran Ja, warte auf den Rest, wenns geht Ja, Kapi Oh fuck die Mörser, ich muss mich wieder zurückziehen Ja Seid meinst du mal Seid meinst du mal Was muss ich sehen Kapi Oh Mörser, ah fuck it Bin drin, bin drin im Pound Oh die Mörser könnten aber jetzt Links von euch war einer, als wir reingegangen sind Hack, hier hab vor mir, hab vor mir, ich steh drin in der Hub Die Mörser bin scheiße Ah bin down, die Hub steht genau auf meiner Position Rechts in der Ecke Nachrück auf die ersten Ecke Viel feiner dann Steht ein Rally genau an dem Pumpmast, mitten in Pavanow Ja, Kapi, behalte den im Auge, ja Kapi Der Rally ist weg Scheiße Unser Rally ist da Feindrally ist weg, ja Ja, der Feindrally mein ich Ja, sehr gut Ja, sehr gut Die Fop steht so offen, da können die der Effekt drauf mörsern Mit nicht auf mir Mörsern Tag auf sie los Loll, bei mir close, bei Pro, Achtung, ähm, Bravo Squad Direkt bei mir an meiner Pose im Osten Der ist direkt auf mir Ja, Alpha, wir gehen weiter ran Versucht nicht über Bravo zu laufen, versucht außen rum zu gehen, bitte Bravo bei euch läuft, ne? Ja, ja Links am Berg, CPL liegt, da kommt einer gekrochen Das MG habe ich Alpha, Eilung, 2L1 ist da Der ist down, der ist down, rechts Wir müssen eigentlich mit 2L1 zusammen ran Zugriff geht da, neuer Rally, wo du bist Sven Tück näher dran Der zweite ist auch down, links, der ist noch da Weg der Schammer-Vereich, die Alpha, der ist gleich Ja, Alpha bist schon mal ran, 2L1 ist drin Alpha, ich glaube, ihr braucht mehr pushen Alpha, ihr braucht nicht mehr pushen, sind die drinnen in der Hub? Habt ihr das sehen, Bravo? Äh, ne Alpha, weiter pushen, weiter waschen ZSK pushen, rechts rein Ja, die sind schon drin auf jeden Fall Also wir sehen keine Feinde mehr von hier oben Ja, ich denke mit der AT, die kreuzung nicht Soll ich noch mit rangehen oder wir zurück zur Karte? Und wenn du eh gerade bist, gehst du ran Der Rest, äh, Alpha wieder zu mir, weiter Bravo, geht mal noch weiter Overwatch Wir gehen schon Richtung Hiltop Wir Overwatch? Wiederholen, Bravo zu Alpha überdecken? Nein, 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 bravo, weiter Overwatch Wenn ihr keine Feinde mehr seht und seht Papanov ist gefallen, dann drückt ihr nach Ich komm zurück Ja, Papanov sieht eingenommen aus von uns Ja, dann nachrücken Direkt vor mir, direkt vor mir Vor wem? Äh, ja Ja, du kannst noch schießen, Banana Versuch bitte dich bedeckt zu halten, okay? Jawohl Ich will, dass wir über Angriffsmarker angreifen, aber Alpha bitte mal kurz auf Bravo warten Hagi, ich seh da keinen Der liegt in so ner Schlucht Ich glaub Kraut hat ihn Ja, genau, hinlegen und Ist down, ist down, ist down Wir sind schon längst weg Okay, sorry Wir können schon mal langsam gehen, ohne Spunnen Also über die Straße würd ich noch spunnen Und danach wieder langsam Äh, Find Truck aus der Main Find Truck aus der Main Okay Habe ich Platz an der Straße? Ja, hinter euch Lass den durch Ja, Copy Hinlegen Bedeckt im Deck bleiben Lass euch nicht sehen Bleibt ruhig Der fährt bei dir da runter Auf deiner Seite Zug Copy Ja, Bewegung Das ist komplett voller Verforter Die ist unterwegs Ja, die ist unten dran Kette 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 Wo ist der Trant? Kette kommt über die Straße Kette Pio Kette auf meiner Höhe jetzt Rügt die Kette weg Das ist ne 30er Kette Verdammter halten Riegt ihr die bitte weg Ja, wir halten Kette Reaktion Kette 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 Ich zieh ihn Okay, bravo, zu meinem Movemarker Stellung beziehen In Bewegung bleiben, in Bewegung bleiben Wir müssen jetzt vorrücken Alpha, was ist mir da? Alpha, komm mit mir Richtung Hilltop Richtung Angriffsmarker Soll ich den Trank so bringen? Wir müssen jetzt hier in den Hügel ran Ähm Oder stehen lassen Lass stehen Okay, kapi Gute Arbeit mit der Kette übrigens Vanana, bei dir müssen noch Gegner sein jetzt Close, close, zwei Stück Ich checke Zwei Stück Ja, der liegt direkt hier noch In der Kuhle Unterfälle Bravo, bitte unten im Tal bleiben und nach oben ziehen Okay, Alpha, komm mit den Hügel hoch Ja, down Ich versuch gleich in den Rally zu schmeißen, wenn Alpha bei mir ist Ich kann er Ach, die sind bombt Da sind zwei, ich auf down Zwei, da ist der andere Ja, die haben da ne Fop im Osten Aber ich will die nicht angreifen, ich will Hilltop Will ich meine Männer aufheben oder mit dir kommen? Äh Äh, Transport Noch, noch'n Truck, noch'n Truck Ich geh mal eben die Truppe Ich muss mal filmen Nein, die sind hier, die liegt von oben bis unten bei euch Von oben, von oben, von oben CP, hast du ihn da in der Kuhle? Ja Äh, es klingt und ich sind da Die sind von Hilltop runtergepusht Vorsicht, Rallye im Süden Aufpassen Ja, ja, ja Die pushen jetzt in den Hügel runter Richtung Rallye, Achtung Okay Ja, im Osten Gegner Bravo, leg gleich MGs auf Östisch vom Rallye, oben am Hügel Gegner Die Ziele Ja, rotieren wir weiter Richtung Westen gleich Aber erstmal bitte diesen Push überleben Der Rallye muss überleben Ja, die schießen direkt Die schießen direkt auf den Rallye Nicht spawnen da Naja, ich war sofort weg Ja, Rallye geht jetzt überran, Westen Ja, von oben Können die MGs hier nicht Unterstellung nehmen? Ich kann erst spawnen Ja, ich meine zum Beispiel Rallye Spawn nicht, du bist sofort weg Schießen direkt rauf Ja, da müssen jetzt die MGs arbeiten Tequila, äh Bravo-Team muss irgendwas machen Und sonst müssen wir ja Weiß ich auch noch nicht so genau Irgendwas Neues Na, ich geh mal zum Rallye rüber Ich hab hier nur noch eine Bandage Gib mir mal Deckung hier Pass auf, die schießen alle oben vom Hügel Ja, ich hab ja Tequila und Dings nur Taki hier Soll ich's mal am Rallye probieren? Wenn Steven in der Nähe ist, ja Rechts von mir ist irgendwas Oh Das Leiber war noch nah am Rallye Süd Ich bin am Rallye gestern weggekommen Ja Ich hab Ja, Rallye kann man spawnen Ja, das spawnt am Rallye Geht Richtung Westen weg Geht Richtung Westen weg Geht Richtung Westen weg Angriff hier ist gescheitert Ist nicht einer im Westen? Feind auf Angriffsmarker Feind auf Angriffsmarker Auf Angriffsmarker Auf Angriffsmarker Auf Angriffsmarker Auf Angriffsmarker Ist tot Granat Ah, war gleich Granat Ah, war gleich Granatwärter vor uns Ist er da? 185 Ich weiß nicht, ob er down ist Bleib bravo, bleib mal ein bisschen zurück So dass ihr oben die Kante sehen könnt vom Berg Geht nicht zu nah ran Ja, das Problem mit dem Aufsetzen von einem Mg ist das nämlich Du kommst ja nicht hoch Stimmt Ich krieg die Kohle nicht hochgezogen Wenn ich zu weit vorgehen Drei ist es bei uns noch am Rallye? Ja, Copy Ich glaube ich kann die Karte nicht hochgezogen Ja Granatwärter 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 Ich hab hier versteckt Granatwärter Granatwärter Ah, ich bin im Medic da Drei spawn Ja, ich bin bei uns Ja, ich bin dabei Ja, mach ich grad So, ich muss spawnen? Ja Ja Zug kann ich noch vor dir rein Ich kann hin Ah ne, ich warte Zugkraft? Ah ja, glaube ich ins Connect kann das sein Ne, ich bin da Zugkraft? Achso, weil du da so stehst Du kriegst Granaten ab Ich würd ein Stück zurückkommen Ich bin tot Hä? Achso, du stehst bei mir Ja, ich hatte ihn aufrum und äh Alles klar, okay, sorry Dann kam noch ne Granate Lacki, komm mal zu mir Ich bin rechts von dir Wir haben auch keine einzige Fop Und irgendwie bei Squad 4 Sieht so blöse aus Granatwärter Kann ich dich aufheben? Ja, wir müssen zurück Von rechts, von rechts, von rechts Die kommen Aus Südwesten Die kommen hinter uns schon Von Südwesten Granatwärter Richtung Südwesten heraus Südwesten hinter uns Was ist jetzt? Was ist jetzt? Am Saal? Gehen wir uns zurück? Ja, ne, ne, wir gehen weiter Hiltor 5 und 1 gehen beide zurück Brauch es auch nicht dahin Die haben alles zu laufen Geht nicht Brauch auch, wenn ihr wieder stort Nach Norden ausrücken Und zuhören Ja, wir werden nicht so weit Es passiert einfach Äh, Fahrzeug kriegt um noch Rallye ist weg Rallye ist weg Die sind hinter euch Ja Die Bede ist verbaut Weil wir haben Also, guck mal, dass er nach Norden wegkommt Ja, alles nach Norden wegkommt Von Dauers kannst du die Jungs im Südwesten unter Feuer nehmen Gette Nord-Ost Auf der Straße Meine Blickrichtung Zu Kraft Gettet nach Pappernos Gettet nach Pappernos Ja, okay Kommst du an Zugkraft ran? Wir müssen auf jeden Fall nochmal zurückfallen, Jungs Er ist da, wo Fizzle ist Der hat da bessere Übersicht über die Jungs Ja, 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 da gehen wir auch hin Ich bin da Ich bin da Sliper, keine Chance Also, auf meine Position Sliper eine Granate schmeißen Ich bin da Kontakt, sieh denn? Oh, ich bin da Okay, Swat Vibe Äh, haltet mal bitte spawnen Wir spawnen gleich in North Village Wir spawnen gleich in der Pop und gehen direkt Richtung Süden raus Richtung Movemarker Dann greifen wir Dann greifen wir erhöht auf aus Süden an gleich Hier in die MG Schützen, wenn die neu spawnen, am Rallye guckt, dass er auf die alten Positionen wieder zurückkommt Im Nahkampf bringen die MG's nicht so viel Okay Ähm CPL bist du gestorben? Ja Kannst du ein Logistack Fahrzeug holen? Bitte Okay Okay In der Basis Ja, da steht einer rum Äh, ich hab's gecheckt, dass er Wohin? Wohin? Äh, Richtung VK bei Hilltop Ich werde da irgendwo eine Pop bauen Äh, soll mal Bravo hier lassen? Also das Stop-MG, das kann ich auch hier raus Ja, 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 ja Bravo kann erstmal hier bleiben Bravo bleibt erstmal hier Oh, wir kriegen schon ein Schuss Ich kann hier Ich kann hier nichts sehen Ich kann hier nichts sehen von da Zurück, 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 zurück Ohhhh Ich bin schon unten Ich bin schon unten Ja, ich auch Zum Obst du gehen raus? Nee, das geht doch nicht lang Die haben ein MG, was genau in das Tal sieht Also Ich guck mal, was ich machen kann Aber trotzdem Feuer frei für alle Strupps Richtung Hilltop, ja Ihr habt da gute Ziele 400 Meter Bravo Team hält hier erstmal die Stellung Versucht Richtung Hilltop rüber zu schießen, ja Lasst euch nicht aufreiben Äh, Alpha, wegen erstmal Richtung Osten raus Erzähl, ey, park mal bitte den Logi da irgendwo, lass dich nicht ficken Alpha Richtung Osten raus, Alpha Richtung Osten raus Wird's tun, äh Ja, okay, noch nicht Oh, brauchen wir es noch nie da oben Soll ich den aufheben gehen? Ja, ja, hol ihn Ja, ja, hol ihn Alpha trotzdem mit mir, ja Ich glaub ich hab's Ich glaub ich hab's Alpha zu mir, Jungs Auf, auf Letztens haben wir Hilltop von Hill aus angegriffen, ne Von mit Bravo Von da aus unterdrückt Ja, ich weiß So, mal gucken, dass sie da rüber kommen auch Ich hab da was angesagt Alpha zu mir Wir gehen, äh Hier gleich rüber Bravo, er hat die Stellung Unterdrückt bitte Hilltop So gut es geht Bleibt am Leben Hey Good shot Werner Was? Ich weiß nicht von Naja, weil es, äh Schüsse Wahrscheinlich von, äh Angebsmarker Äh Von, von den Gegnermarker Ist gut Ah Wir werden von Osten gepusht, irgendwie Ah Brauchen wir es ja nicht Äh, CPL Dein Einsatz kommt gleich Kannst du schon mal irgendwie ran fahren Du musst halt den Hügel eh hochklettern Also, Zacky Ja Tja Taki Bleib du mal neben dem Fizzle Äh Unterstütz ihn Für den Stellfall und Sitziges Kapitän Bei mir ist gerade ein bisschen schlecht mit Sicht Wie gesagt, aber haltet bitte die Stellung auf dem Hügel Wenn ihr erschossen werdet Eure Medic geht down Oder irgendwas ähnliches Dann bitte es vor uns halten Ihr sporn gleich am Rallye nach bei uns Ja Fizzle, da kannst du rück auf den Hügel Oder guck Ja Es ist doof da unten Also hoch schießen Da siehst du nur die Jungs an der Kante Ja, die Jungs an der Kante sollten erstmal reichen Ja 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 Jetzt zur Plage. Danke DHCPL, ein bisschen Logi parken auf dem Motohaus, lass ihn irgendwo stehen, guckst du nach? Find Maser in Hilltoppen Ja, Copy Bravo, wie ist die Lage? Im Süden von Hilltop, sind Speer Ok, könnt ihr die abknallen? Ist noch ein bisschen weit weg Dann Fizzle mal einweisen Fizzle unterdrückt dort den Hügel Ich hab dich Kontakt, ich hab dich Kontakt Hilltop Wer ist die Fockflay? Hügel Ich kann dir die Fockflay Oh, da läuft was in den Hügel runter Ich kann doch nicht viel Deckung geben, wir haben echt scheiß Sicht Ja, wie gesagt, ne Todzeit, respawn bitte dann ab Ihr seid ein, also solange ihr Medic lebt, macht weiter Ihr lenkt die perfekt ab, wir haben alle Augen gericht um euch Wir sind schon fast an Hilltop dran Es kam hier gerade was in den Hügel runter Ich weiß nicht, ob ihr nur umso... Wir kriegen Alpha Kick Schuss, Feuer frei Bravo, wenn ihr die Möglichkeit seht, zu verlegen Richtung Movemarker, dann tut das Oh, Tequila, geh du schon mal vor Egal, über welchen Umweg, versuch bitte zum Movemarker vorzurücken, wenn ihr von draußen nicht mehr wirken könnt Bravo, ist Red Down Ja, okay, Tequila, ist ganz down Okay, das war kein guter Move, aber respawn bitte dann ab Beim Movemarker, gute Sicht auf Hilltop Das war schwer SMG, das hat uns auch radiert Direkt hoch Ja, das war ja die ganze Zeit da, wenn wir uns wieder nicht langgegangen Ja, wo ist die denn denn, ey? Versteh ich nicht, wie die ein Sehen Ruhe, gute Ruhe CPL, irgendwo vor dir? Alles gut, alles gut CPL, der war vor uns, also zwischen uns Hab einen Aaaaahhhh, Medic going, fuck it Jungs, bleibt nur ein bisschen ruhig Bravo, diese Hügelkante hier markiert mit Verteidigungsmarker, da könnt ihr euch gut drauf verteilen in Richtung Hilltop wirken Toll? Ja, copy Die Leute bei Alpha, die jetzt da sind, überhaupt nicht mit die Lampen machen, das ist das, was ihr habt, eigentlich sind Capit Capit Anahna 10, versuch die Position zu halten, so gut es geht, ihr müsst da jetzt nicht reingehen zu zweit Ja Der Rest von Alpha, die rot sind, wir gehen erstmal hier Richtung Westen runter, okay? Erstmal weg von hier Zähne Bravo, bitte ein bisschen verteilen, ja Wir werden Hilltop so nicht einnehmen können, aber wir müssen bisschen Druck machen Hauptsache wir machen Kills, ja Wir machen mehr Kills, als wir gekillt werden, das ist wichtig Check Jetzt hat's doch gleich ein Rallye weiter vorne, damit die Hiller aus der Haupt kommen Ja Wie gesagt, CPL Banane, ihr müsst da nichts reinforcen, wir haben zu zweit, die da sowieso nicht viel reißen können Wir werden nicht reinpushen wollen, wir werden nicht reinkommen Das ist Ticket Waste, wir werden nicht reinpushen wollen, wir werden nicht rein kommen Wir stellen uns einfach nur außen ran und was die gegen uns kämpfen, knallen wir ab Okay Wir halten einfach den Druck aufrecht und machen Kills, ich will nicht dass wir da reinpushen und Welle für Welle Tickets verlieren Wir werden den Hilltop nicht einnehmen können mit 4 Mann Auch mit 9 Mann nicht Auch mit 9 Mann nicht Daki, Beschuss aus, äh, aus Nord Ja, da war der Fahrzeugmarker, also ich glaub, das behagt uns grad Bravo Team, könnt ihr gut reinhalten Lichtkontakt Lichtkontakt 3540 Licht auf mir Licht auf mir, Licht auf mir Da schließen Ja, Feuer frei Ja Alle haben Feuer frei gehabt Alpha jetzt ganz methodisch, ja Lasst euch nicht ficken Bei dir, da ist Quattelt, war gerade einer, ich weiß nicht, ob er da ist Der ist tot Direkt hier oben bei mir dann angehoben Ja Ja, ich bin da eigentlich, müsste man gleich sehen Der liegt auf D2, eigentlich hinten noch Fizzle Halbe Höhe Aufstehen Okay, ich bin down Banana, kann man dich aufheben? Ich bin down Haben die dann schwerst im Gegen Süden stehen? Banana, kann ich dir aufheben? Ich bin down Ich bin down Ich bin down Ich bin down Ja Der geht Ja Ist der Wiss? Ihr habt ihn einem angeschossen, ihr habt ihn angeschossen Er verbindet sich genau Ah, Taki! Guck du mal, ob du eine gute Sicht auf Hilltop kriegst Können wir nicht drüberlaufen? Zu Kraft beim Eingang vor dir ist irgendwo einer Ja, Papanow wieder Ja Nicht mehr spawnen, bitte Ich glaube wir müssen Papanow sofort Ich sehe gerade auf der Map, dass wir neutral werden, ohne dass wer was sagt Hier, Taki und etc. Baut mal bitte die FOP ab Soll ich bei den Ausmaßnahmen spawnen? Kurz warten Zwischen der FOP und dem Rallye muss irgendwas rumlaufen Bei Village spawnen dort Wer will Papanow los auf Hilltop bitte? Bitte noch warten bis die FOP anwärts Ist die 90 Grad rechts von dir? Die haben einen Schiss und kümmern sich Ich kann dann der FOP noch mal supporten Zu Kraft wenn du willst Bitte kurz warten bis die Angriffs-FOP weg ist und dann spawnen wir auf nach Village Also ich möchte dich nicht mehr aufheben Ich glaube nicht, dass du mich aufheben Ich glaube nicht, dass du mich aufheben kriegst Eldarki könnt ihr noch aufheben Aber erst die FOP noch machen heute War aber ein guter Angriff, ich glaube wir haben den Tickets abgedaubt, oder? Ja Ja Das Fahrzeug hat uns aber auch gekostet Ja, du musst ja weg Aber ist ja jetzt nicht mehr so Ja, du musst ja weg Aber ist ja jetzt nicht mehr so Ja, du musst ja weg Ja Oh, was ein Granny Respekt Fetten Respekt Aus Hilltop Ne, ne Aus Hilltop hat er mich einfach mal 300 Meter punktgenau getroffen Gute Arbeit mit Bob Steven Versuch du bitte nach North Village dich absetzen Ja Ich guck nur, dass die Bahn hier aufhebekrieg Ja, dann sind schon über den Berg und bei North Okay, dann respawn Der nördliche Berg zwischen North und Papanoff Die sind schon Jo, FOP ist Jo, FOP ist dran Jo Jungs, ich war alleine hier Ich warte mal beim Rallye auf euch, oder was? Tja, willst du noch einen Rallye spawnen? Und das Wort 1 kannst du vielleicht raffen Äh, oder Tequila Okay, Mann Äh, soll ich jetzt, äh, was soll ich machen? Warten Ich bin, äh, Hilfsabler Sterben Äh, ja Kämpfen Kämpfen, nimm ein paar mit Mach ne Granate, schau ja von dran in die Gegner rein Warten Es scheint ruhig zu sein Oh, Tequila ist raus Ich höre nicht Saki, kannst du mal bitte am Rallye den Lottie rausholen? Richtung Main Ich hoffe, steht Nee, geil Woah, shit Nimmis outside Nimmis outside Kontakt Oh no Fuckin' amazing, you pussy bitches Bravo Tügel Bravo auf dem Südhügel Ja Ich seh vereinzelte Kontakte vom Westen auf dem Hügelzug Auf dem Südhügel? Bei mir Ja, von Südhügel Die Köpfen will zurückgehalten Ja, das wird unser Fokus sein Ja, das wird unser Fokus sein Ja, das wird unser Fokus sein Wir haben nur noch ein 121 Ja An der Foxbahn Ja, bitte an der Foxbahn und Südhügel besetzen Ja 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 Ich fahren Fizzle, konsumier bitte in ganzer Süd Ich seh ein neues Brot Ich bin da Nein, wir haben ein Fahrzeug aus ähm Nordöstlich von Village Nordöstlich? Ja Auf dem Berg irgendwo Okay, Copy, ich geh mal gucken Da drückt grad die im Westen Hier knapp steht ja Aber schon Cool, auf den Lodge in die Main hast du gesagt, oder? Ja, Lodge in die Main bitte Ja, Lodge in die Main bitte Und dann Riesen Ich will Kontrolle über diesen Südhügel Ja, Alpha und Aro Ja, Alpha Lats können sich von mir aus absetzen Das Fahrzeug weg und wenn ihr genau wisst wo es ist Ja Das habe ich gerade markiert, das ist ein Schatz Ja, ich höre es auch, ich höre es auch Nein, ist es nicht Ah, Zug, kannst du mir Fizzle rüberschicken nach Südhügel? Dann haben wir den Ja, Fizzle, okay Ich will aus dem G reinrennen bitte, ja Von Hilltop Nicht vergessen, es ist da Ja Leute, wo sind die Leute auf dem Berg hier im Süden? Wir haben Kontakt los Oh, die haben mich teamkillt, Alter, sind die behindert, ey Ich schmeiße Nate Ich schmeiße Nate Komm halt raus Ich, Fizzle, ich komme nach Süden, ich kann dich von hier aus besehen und beschießen Ich kann nicht, ich komme hier nicht weg Zugriff, kannst du kurz nochmal ansagen, was Alpha und Bravo jetzt machen? Alpha und Bravo bitte auf dem Hügel, Alpha nördlich vom Hügel Richtung Westen pushen Wir haben Feinde innen, westlich von North Village Ich pack ein paar Marker hin Auf der Linie greifen die an Westlich Ich glaube, ich habe den NG-Schützer ausgenommen Die pushen jetzt auf die Hub zu Im Westen, die sind schon in Danger Club Ich habe einen, der mich nach West absichert Ja, ich komme Ja, ich hatte gerade einen Ich habe einen, der mich nach West absichert Ich habe einen, der mich nach West absichert Auf der Rapper Sind wieder einer Krieg einer da Fizzle von links rein noch mehr Rote Banane, was tut er zurück? Hier ist weg Ich brauche euch eigentlich, wenn ich will Ich bin schon weg Ich komme zurück Ja, bitte zurückkommen Beide Hier ist aber starker Feinkontakt Ich versuche zurückzukommen Ich bin schon weg Ich bin schon weg Ich bin schon wieder aus West Gibt gleich einen neuen Weg Das Haus ist frei Wollen wir mal auf den Rallye wappen? Ja, ja, sage ich doch gerade Wer hat denn die FOPs so bescheuert gebaut, ganz ehrlich? Ich nicht, du auch nicht, also egal Ich komme halt von der FOP nicht ins Gebäude rein Es steht doch jetzt ein Rallye Wir nehmen ein Rallye und wir machen den Südhügel jetzt frei, okay? Alpha geht bitte südlich vom Hügel vorbei Ich weiß, sie war an der südlichen Kante Bravo, du hinter Hier kommt ein Truck aus dem Westen Logi auf Hap Hochschluse teeth Setzt mich nur Westen ab Hab ihn, strattel Ja, siebschüme, wir waren austausch Angrafen, angrafen, angrafen Moral oben halten, Jungs, wir bekämpfen jetzt weiter Wir halten diesen Scheiß-Jugel Die sind da hinten Ich krieg grad die Kontrolle wieder über North Village Schönen dranbleiben Geht nochmal zu uns boxen Geht links den Hügel runter, dann könnt ihr die von hinten frontieren Ja Alpha geht links den Hügel runter Bravo hält weiter die Stellung nach dem Hügel Richtung Angriffsmarker ist einer Die Medics sind da beieinander MG ist da und bin am Angriffsmarker den hab ich Gute Arbeit Schon Alpha Richtung Westen weiter gehts Okay kann ich ne Moneybox haben? Hier unten beim Ja steht Der ist down Banana genau da runter rechnen dir ja Ja copy Hab einen, hab ihn Ihr könnt einen Latt abwählen wenn ihr wollt Ja hab ich schon Okay Bravo hält sich die Stellung auf dem Hügel okay Okay Alpha mit mir Wir gehen Richtung Westen und dann Richtung Norden Ich würde gerne an den MG Schützer nach Süden schicken auf den anderen Hügel Ist Richtung gerade Sichtkontakt auf Filter Feinde Stichkontakt auf dem Hügel Ja Bravo ausrecht Ist auf der Rallo ein Blueberry hoch Weiß am Blueberry Ich weiß es nicht, der ist den Hügel runtergerannt Ja, unser war das Braken Team, wir können auch mal Richtung Augenmarker mit dem Heavy MG Mit dem Scrooble MG, da sind auch Feinde auf dem Hügel Allverwaltung, wir gehen nicht im Marker auf dem Hügel Nein, so ein Tickets, vielleicht haben die einen Ich bin in den MG reingerannt, Alphazul ist nicht Naja, ich auch da Wo könnt ihr da rübergucken? Ne, leider nicht Okay Ausrichten Ja, bin auch da, danke schon Schafft das MG Ja, passt doch, Alphazul ist geweiht, Alphazul ist auch da Alphazul ist in Ordnung in Sicht, dann haltet ihr die Stelle Farmt ab, was ihr abfarmen könnt Alpha, respawn bitte an der Hub hier, nicht am Rett Wir gehen nicht mehr auf, dieser Hügel ist verloren Ja, wir haben den Nordhügel verloren von North Village Alpha Team, wir müssen uns jetzt ein bisschen bedeckt halten, Hauptsache wir sterben erstmal nicht Wir übernehmen auch weiter die Verteidigung von diesem Südhügel Mal gucken, ob wir einen Wegel kriegen von Südhügel auf den Nordhügel Ich weiß, das ist immer kompliziert, aber Muss da okay gehen Fahrzeug Westen, von Hiltop runterkommen Ja, lass den mal Ja, ich bin Ne, bleib hier, lass ihn zu uns kommen Ja, aber ich muss ja erstmal mindestens in die Richtung kommen können Das meine ich Ja, ja Wir würden den Alpha Team erstmal ein bisschen bedeckt halten Ja, schaut mal, was ihr machen könnt, ohne zu viel Aggression zu machen Wir dürfen jetzt nicht so viele Tickets verlieren Bobo hat das hier im Griff erstmal Au, vom LKW, er hat's geschossen Ja, wir sind zu fest Da hat ein Infanterie abgesessen Okay, copy Wie nah oder weit weg? 150, vor dem blauen Haus ungefähr 150? 150 Meter Steht doch das Fahrzeug Der ist links von den blauen Häusern Ja Wir haben einen Sniper da im Südwesten auf dem Wegel Okay, der ist Snipersten Der ist down am Wegel Am Angusmarker ist neun Da ist ne Hup da hinten Da ist Schwettmacker Da ist ne Hup da hinten Da ist ne Hup Ja, positiv Positiv Da ist ne Hup Tiki ist rausgeflogen Tiki ist rausgeflogen Tiki ist rausgeflogen Tiki ist rausgeflogen Ja, weiß ich Die laufen südlich raus beim Rauch den Berg hoch Da sind auch Blueberries aufgeladen Blueberries, ihr könnt da reinhalten Ja, ich glaub den hat einer von uns, oder? Ja, wir schon Schaut, die Rifle-Mans, guckt bitte, dass sie uns nicht irgendwo flankieren, dass sie nicht irgendwo anders langlaufen. 48 Tickets, ne? Ja, deswegen, wir werden da auch nicht mehr hin, wir gucken mal, dass die uns vor schon klein mit ihr. Ich muss in Fop gehen. Hey, die Fop geht down, Alpha zu Fop, Alpha zu Fop. Ja, das war's. 4. 6. 5. 10. 10. 10. 10. 13. 15. 14. 15. 15. 15. Good job.